Willkommen zur achten Folge meiner Top 100, achte Folge. Wir haben also schon sehr, sehr viel geschafft. Wir sind im Alphabet auch weit hinten. Heute gehen noch die restlichen Spiele, die mit R beginnen, also ab R-O bis zum Ende vom S. Und da haben wir gleich auf der ersten Stelle Robinson Crusoe. Ich glaube, ich habe schon oft genug erwähnt. Ich liebe kooperative Spiele und ich spiele sie wirklich gerne. Und Robinson Crusoe füllt nicht nur diesen Spot hervorragend, gerade auch im Hinblick darauf, dass es sehr, sehr thematisch rüberkommt, sondern es erfüllt auch noch eine ganz, ganz andere wichtige Funktion, nämlich die beste Spielerzahl für Robinson Crusoe ist drei Spieler. Und ich finde, es ist immer sehr, sehr angenehm zu wissen, dass bestimmte Spiele mit bestimmten Spielerzahlen am besten funktionieren. Ich habe mehrmals schon erwähnt, als ich auch Churchill erwähnt habe, dass man gerade mehr Spiele auch für drei Leute machen sollte. Ich verweise an dieser Stelle an Folge zwei. Aber, dass dieses Spiel wahrscheinlich auf der drei so gut funktioniert, das ist vielleicht noch nicht mal beabsichtigt gewesen. Es gibt halt mehr oder weniger eine Sonderregel, wenn man zu viert spielt, das ist das eine Feld schlechter. Es gibt eine Sonderregel, wenn man zu zweit oder alleine spielt, da werden bestimmte Sachen einfach leichter. Aber man hat das Gefühl, von Anfang bis Ende mit drei ist es die perfekte Zahl, auch dafür perfekt austariert. Und auch dem Niveau haben wir das auch mehr oder weniger alles durchgespielt. Sowohl von dem Grundset, als auch von der großen Erweiterungsbox, als auch einige von den Promoszenarien. Worum geht es bei Robinson Crusoe? Es geht darum, wir sind auf einer einsamen Insel gestrandet. Wenn wir jetzt mal das Standardszenario nehmen. Und wir müssen halt gucken, dass wir irgendwelche Aufgaben erfüllen. Und dazu haben wir ein einfaches Worker-Placement-System. Und wenn wir die Aufgaben erfüllt haben in der angegebenen Menge von Runden, sind wir glücklich. Nun, das klingt jetzt alles sehr, sehr vage. Das Problem liegt wirklich an dieser Vielfältigkeit, die dieses Spiel bietet. Das erste Szenario ist noch ein relativ einfaches. Wir müssen eigentlich nur auf genug Holz sammeln, damit wir dann schön einen Scheiterhaufen basteln. Scheiterhaufen ist das falsche Wort. Ich meine Holzlagerfeuerhaufen. Damit wir da irgendwelche Signale machen können, wenn dann nachher ein Schiff vorbeikommt. Damit der uns einsammeln kann, weil er uns gesehen hat. Das sagt sich natürlich viel einfacher, als es ist. Aber das ist tatsächlich noch das Einfachste. Dann gibt es aber auch welche, wo es darum geht, dass wir irgendwelche Ureinwohnerstämme begegnen. Und mit denen irgendwie hantieren müssen, damit sie uns nicht umbringen. Es gibt welche, wo wir mit irgendwelchen Tieren hantieren müssen. Es gibt eins, das ist sehr, sehr knackig, finde ich. Da ist in der Mitte ein Vulkan, der ausbricht und stückchenweise die Pläckchen alle wegnimmt. Also die Insel wieder verkleinert. Da komme ich jetzt mal vielleicht um dieser Satz dort, was mehr Sinn macht, kurz auf die Aktionen, die man hat. Also man kann die Insel erkunden. Am Anfang ist man nur am Strand. Oder man kann halt irgendwelche Sachen basteln aus denen, was man findet. Irgendwelche Werkzeuge, eine Hütte, ein Unterschlupfendach, eine Befestigung gegen wilde Tiere. Man kann losgehen und irgendwelche Sachen einsammeln. Man kann mehr oder weniger auf Abenteuer ziehen und schauen, was einen so findet. Dann gibt es große Kartenstapel für. Und am Ende des Tages muss man aber immer wieder mit dem Wetter kämpfen. Es fängt an zu regnen, es fängt an zu schneien, man muss genug Nahrung haben. Und es hat all die Elemente, die ein gutes kooperatives Spiel braucht und noch viel, viel mehr. Und eine hohe Varianz. Und gleichzeitig halt wirklich auch eine hohe Varianz an dem, was die Aufgaben sein können. Das merkt man dann auch nochmal, wenn man die Erweiterung spielt. Da gibt es nämlich ein Szenario, wo man nicht mehr auf einer Insel ist, sondern wo das Spielfeld halt einfach umgedreht wird. Und wir von einer Insel zu einer anderen reisen müssen. Und das Spielfeld dann nicht mehr so die leeren Felder so für, hey, hier könnte jetzt vielleicht irgendwas sein. Sondern nein, hier ist jetzt alles Wasser und du musst dich hier so durchbewegen und stückchenweise zu dem Punkt kommen, wo die andere Insel ist. Also Robinson Crusoe so vielseitig und so grandios und genial, dass ich glaube, es gibt keinen Fan von kooperativen Spielen, der nicht auch Robinson Crusoe-Fan ist. Ein Spiel, das sich wirklich verdient in großen Mengen verkauft hat. Und wo ich mich total darauf freue, dass dann eine zweite Erweiterung angekündigt ist, wo noch viel mehr passieren wird. Also Robinson Crusoe, definitiv die dicke Empfehlung. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist nämlich Ruhm für Rom. Das große Highlight von Ruhm für Rom ist wahrscheinlich wirklich die Verwendung von Multi-Use-Karten. Also eine Karte hat nicht nur eine Verwendung, sondern sie hat halt Verwendung für verschiedene Sachen. Und ich kann sie benutzen für A, B, C oder D. Also in diesem Fall sind es zumindest vier verschiedene Optionen. Aber es ist jetzt nicht das erste Spiel, das ich damit kennengelernt habe. Das erste, was ich da kennengelernt habe, ist aus meinen Sammelkartenspieltagen, dass eine Warhammer-Trading-Kart-Game, wo Karten auch für zwei oder drei Sachen verwendet wurden, wo das gerade im Deck war natürlich total spannend, dass wenn du sagst, ich brauche diese Karte für diesen Effekt, aber leider hat sie für einen Standardeffekt, der regelmäßig passiert, wie da waren irgendwelche Würfelzahlen drauf, die man als Zufallselement hatte, natürlich nicht die Zahl war, die man eigentlich haben möchte. Und das war tatsächlich ein interessanter, spannender Ausgleich. Das funktioniert also ganz, ganz hervorragend. Und bei Ruhm für Ruhm ist das so ein bisschen vergleichbar. Es gibt Effekte, es gibt Gebäude, die möchtest du bauen, aber um diese zu bauen, brauchst du bestimmte andere Elemente. Und da willst du sie aber nicht dafür verwenden, weil du willst sie vielleicht als Rohstoffe haben, als Baustoffe meine ich, oder für die bestimmte Aktionen. Aber eine andere Sache macht Ruhm für Ruhm noch total cool, nämlich einer macht eine Aktion, alle anderen dürfen mitgehen. So wie bei Puerto Rico. Ein Spieler ist also dran, er legt also eine Karte in die Mitte und sagt, hier, wir machen die Aktion. Und wenn er noch entsprechende Karten bei sich ausliegen hat, es gibt sechs verschiedene Farben. Die gleiche Farbe steht immer für die gleiche Aktion und auch für den gleichen Baustoff und auch für die gleiche Menge an Siegpunkten, die es geben kann. Aber sie haben natürlich verschiedene Sachen in der Mitte stehen. Wenn man eine Karte ausspielt, dann spielt man sie nur für die Funktion auf der linken Seite aus. Und die sagt natürlich, ich mache folgende Aktionen. Und das kann halt sein, ich nehme eine Karte aus der Mitte und lege sie links an, damit ich diese, wenn diese Aktion gemacht wird, ich öfter machen kann. Oder ich lege sie rechts an, damit sie in die Schatulle wandert. Oder ich hole mir Baustoff aus der Mitte und lege sie unten an, damit ich die zum Bauen von Gebäuden nutzen kann. Oder, oder, oder. Also es gibt sechs verschiedene Aktionen. Und alle anderen können sagen, oh, das möchte ich auch machen. Dann müssen sie die Karte auch aus der Hand dazulegen oder beziehungsweise bei sich links liegen haben. Wobei der natürlich, der loslegt, immer eine Aktion mehr hat. Ja, und auf diese Weise machen wir Reihe um Aktionen. Wir rennen durch diesen Kartenstapel, der wird zurückgemischt und wir rennen nochmal durch. Und wir bauen halt fröhlich diese Gebäude. Und davon gibt es echt, echt viele. Es gibt noch eine kleine Erweiterung, die ich total cool finde, weil, da sind nicht viele neue Gebäude, aber es reicht schon, dass es nochmal ein anderes Spielgefühl gibt. Und mit diesen Gebäuden machen wir dann, versuchen wir dann Siegpunkte zu machen, möglichst viele Gebäude zu bauen, gewisse Kombos aufzubauen, die uns das Spiel schneller machen. Die Erfahrung, die ich neulich gemacht habe, als wir es dann jemandem erklärt haben, da saßen wir dann zu viert dort und während wir das zu dritt kannten und der Vierte das halt erst lernen musste, da wurde komplett im Grund und Boden gespielt, weil das Spiel so eine Eigendynamik entwickelt, dass wenn man das nicht gewohnt ist und nicht kennt, dann ist man tatsächlich davon überfordert und hat vielleicht auch ein bisschen Einschüchterung. Von da aus gesehen würde ich sagen, wenn ihr das Leuten beibringen wollt, dann sucht euch eine größere Gruppe, lasst es alle neuen spielen und sitzt vielleicht nur als Lehrer daneben und helft den Leuten, damit sie den Eindruck davon gewinnen. Auf diese Weise können wir es vielleicht nochmal mehr genießen. Und ich bin ein großer Fan der Lookout-Ausgabe, die, wie ich finde, deutlich, deutlich, deutlich schöner ist als sämtliche US-Ausgaben. Nichts gegen Asmadi Games, aber eure Spiele sind einfach hässlich. Gut. Kommen wir zum nächsten Spiel auf der Liste. Und das ist ... Könnte man jetzt sagen, hat was mit Piraten zu tun, hat's aber nicht. Das kommt erst danach. Dieses Spiel ist noch piratenfrei, und zwar Russian Railroads. R, R, R. Wer jetzt sagt, wieso hab ich denn Russian und Railroads mit drei R? Weil Rail und Roads und auf der Schachtel ist vorne auf der Eisenbahn groß und prächtig, die drei Buchstaben R, R, R zu sehen. Worum geht's bei Russian Railroads? Wir haben's mit einem Standard-Worker-Placement zu tun, nur dass ab und zu auch, dass halt auch einige Felder dabei sind, wo man nicht nur einen, sondern auch zwei oder drei Worker einsetzen muss. Man führt das aus, dieses Feld ist für die anderen gesperrt, und dann ist der Nächste dran. Wir spielen das Ganze über sieben Runden, und wir haben jeder von uns ein Brett, und auf diesem Brett bewegen wir uns mit entsprechenden Zügen vorwärts, wobei, also wir bewegen nicht mit Zügen, sondern wir bauen das Streckennetz aus. Wir legen also Gleise, wobei jeder seine eigenen Gleise legt, auch wenn es theoretisch dieselbe Strecke ist. Wobei wir natürlich auch modernere Gleise legen können, wenn wir diese Fähigkeit dazu auf der einen Strecke freigelegt haben. Also die erste Strecke, das ist die große, lange, auf der können wir halt die ganzen neuen Streckentypen freisetzen. Da kann man auch noch einen zusätzlichen Arbeiter generieren, aber da kann man auch ganz hinten ankommen bei einer Streckentyp, den man auch nur auf dieser Strecke selber wieder einsetzen kann, der auch ordentlich Punkte gibt. Weil am Ende jeder Runde gehen wir alle drei Strecken, die wir haben, plus die Fabriken durch, und dafür bekommen wir Siegpunkte. Und diese Strecken, je wertvoller diese Strecken, die wir gebaut haben, sind, desto mehr Siegpunkte kriegen wir. Und damit kann man alleine schon in der letzten Runde über 100 Punkte machen. Beim Spiel, wo man locker über 400 Punkte kommen sollte, wenn man es gewinnen will, zum Teil sogar 500. Der Clou ist natürlich, dass, wenn man diese vier Strecken hat, andere Strecken machen andere Boni, da gibt es dann zum Beispiel solche kleinen Rundenchips, die irgendwie einen Einmaleffekt geben, aber der ziemlich stark sein kann. Es gibt diese Fabriken, die geben theoretisch auch nur Einmaleffekte, zum Teil kann man sie immer noch ein zweites Mal auslösen, weil man ein zweites Mal die ganzen Fabriken nutzen kann. Da muss man sich dann gucken, man muss sich auf etwas konzentrieren. Also wenn man sagt, ich mache von jedem etwas, dann wird man wahrscheinlich verlieren. Das Spiel lebt davon, dass es so ein Landslide hat, also dass du ganz, ganz viele Punkte ansammelst und das ganz viel nach hinten hin sich auferdiert, so Zinseszins mäßig, um das mal das Beispiel zu nennen. Also in der ersten Runde macht jeder vielleicht so drei, vier, fünf, maximal zehn Punkte. In der zweiten Runde sind das dann aber schon so zehn bis zwanzig, dreißig Punkte. Und in der siebten Runde sind das dann auch locker 100 Punkte und mehr. Und das muss man, man muss also eine Engine bauen, die das macht. Und das kann man nur, wenn man sich auf irgendwas konzentriert. Und man gewinnt nicht unbedingt, wenn man sich auf etwas konzentriert, weil die anderen natürlich sich vielleicht besser konzentriert haben oder geschickt ihre Aktionen gewählt haben. Aber man kann halt wirklich schauen, dass man diese verschiedenen Elemente, was nutze ich, was machen die anderen, auf welche Strategie kann ich noch gehen, ohne dass die anderen mir vielleicht mit den Aktionen in die Quere kommen. Es ist halt ein Worker-Placement, wenn die Aktion weg ist, ist sie weg. Was dieses Spiel noch hat, und das finde ich total grandios, sind diese Ingenieure. Davon liegen am Anfang sieben aus. Die bilden so eine Art Rundenzähler, weil jede Runde kann man davon einen kaufen und der ist dann weg. Und dann die nächsten zwei liegen da aber offen. Also, man weiß natürlich, was auf der Rückseite auch drauf ist, aber die sind auch ein Aktionsfeld. Das eine Aktionsfeld verschwindet aber, weil das ist ein Ingenieur, den der nächste wieder kaufen kann und dafür rutscht wieder was nach, sodass wir da auch ein kleines bisschen eine Varianz haben, in welcher Aktionen sind da. Und wenn die alle weg sind, dann weiß man, das ist die letzte Runde und das Spiel ist vorbei. Zusätzlich ist es so, dass wenn jemand so einen Ingenieur kauft, dann hat er dieses Aktionsfeld wieder und kann das dann jede Runde nutzen, aber nur er, die anderen nicht. Und das ist so ein richtig cooler Clou. Und was das Spiel natürlich auch noch kann, es hat eine große Erweiterung, eine kleine, die kleine ist das American Railroads. Das hat nochmal ein anderes Brett, da gibt es dann auch noch einen Aktienmarkt, der macht ziemlich, ziemlich viel Spaß. Und dann gibt es die große Erweiterung German Railroads, die muss ich jedem, der das einmal gespielt hat und sagt, ja, ich mag das Spiel, unbedingt ans Herz legen. Das Wichtigste ist, es gibt ein Modul mit neuen Brettern und zwar variablen Brettern, wo man halt nicht die festen Strecken hat, sondern jedes Mal, wenn man auf der Strecke vorangeht, sich dann aus einem Pool auswählen kann und sagen kann, okay, meine Strecke geht jetzt so weiter mit folgenden Boni. Und da kann man sich bestimmte Sachen zusammenbasteln aus der Auswahl. Natürlich, je länger, je mehr Leute sich schon was ausgesucht haben, desto kleiner ist die Auswahl für einen selber und dann ist es vielleicht nicht mehr das, was zur restlichen Strategie passt, aber da muss man im Notfall eine Strategie nehmen, die ohne dies auskommt. Vor allem, weil wir auf zwei Strecken das ausbauen. Dann ist es so, dass wir dann noch ein zweites Modul haben. Das macht die ganze Sache noch mal schwieriger. Wir müssen jetzt auf einmal noch Kohle laden, wir können Aktionen verstärken. Wir haben noch ein drittes Modul, das ist E-Mailen. Damit können wir Solo spielen. Das Spiel ist so umfangreich und unfassbar. Immer wieder, und besonders die Spiele gehen inzwischen schnell. Also ich habe festgestellt, ich brauche keine Stunde mehr, um da eine Partie durchzuspielen. Wenn da mal ein Neuling dabei ist, dann dauert es vielleicht auch mal anderthalb Stunden. Grübler sind eine andere Geschichte. Und da hast du wirklich viele knackige Entscheidungen. Und dieses Gefühl, dieses Landrutsch-artigen Punkte sammelnd, das fühlt sich sehr, sehr, ich wollte jetzt nicht befriedigend sagen, sondern ich würde sagen, so belohnend. Super belohnend dann. Also RRR, Russian Railroads, definitiv, finde ich, ein Klassiker. Verdient auch deutschen Spielepreis. Jetzt kommen wir wirklich zu RRR, nämlich zu Piraten, und zwar Skullking. An der Stelle schon mal ein kurzes Entschuldigung an den lieben Christian. Wizard ist dicht in diesen Top 100, weil, jetzt nicht, weil Wizard schlecht ist, es ist auch sehr, sehr gut, aber für mich hat Skullking einen kleinen Vorteil gegenüber Wizard. Es ist nicht ganz so durchrechenbar. Nun gibt es Leute, die lieben genau das, und den würde ich definitiv Wizard ans Herz legen. Wer sagt, ich brauche ein kleines bisschen mehr Chaos, den würde ich Skullking ranlegen und wer sagt, er braucht noch ein bisschen mehr Chaos, dem würde ich sogar das Skullking-Würfelspiel empfehlen, was ich auch total cool finde. Worum geht's bei Skullking? Skullking ist ein Spiel, wir spielen über 6 bis 10 Runden, glaube ich. Genau, bei Wizard waren's ja 12 bis 15, glaube ich. Bei Skullking, und wir haben am Anfang haben wir eine Karte auf der Hand und wir müssen schätzen, wie viele Stiche wir kriegen. Und während man bei Wizard 3 und jeder sagt, wie viel er macht, ist es so, dass wir bei Skullking das gleichzeitig machen mit einem lauten Ho, Ho, Ho und dann zeigen wir gleichzeitig mit der Hand und den Fingern, wie viele wir machen. Dieses Gleichzeitig finde ich schon mal das eine schöne Element. Das andere Element ist, wir müssen nicht jedes Mal gucken, welche Farbe ist jetzt Trumpf, welche Farbe muss ich mich jetzt gerade gewöhnen, auch wenn man das natürlich als Stichspieler in vielen Spielen gewohnt ist, sondern es steht immer fest, schwarz ist die Trumpffarbe und es gibt noch ein paar zusätzliche Trumpfkarten und die sind durchsortiert. Es gibt eine, die kann sagen, ich bin statt einem Trumpf auch eine Niete. Es gibt eine, die sagt, ich bin zwar ein Trumpf, aber ich bin unter den ganzen anderen Trümpfen, außer ich trumpfe den höchstens, nämlich den Skullking. Das sind die sogenannten Mehrjungfrauen. Das ist tatsächlich, wenn man das lernt, deutlich schwieriger als Wizard. Aber wenn man es dann begriffen hat, finde ich es deutlich angenehmer. Also Skullking für mich eine dicke Empfehlung für Leute, die ein Stichspiel braben wollen. An der Stelle ein kleines Funfact. Wizard war nicht das erste Stichspiel, wo man seine Stiche angesagt hat. Ich weiß gar nicht, welches das erste ist. Ich weiß zumindest, was älter war und das war Double. Da hattest du so Skat-artige Karten, die waren aber auf den beiden Hälften jeweils unterschiedlich designt. Also da hattest du zum Beispiel eine Kreuz 9 mit einem Herz Buben und dann hast du halt damit auch versucht, deine Stiche anzusagen. Aber wenn du es ausgespielt hast, konntest du dich für eine der beiden Seiten entscheiden. Falls jemand sagt, ich liebe Skullking, ich liebe Wizard, ich gucke mir auch gerne noch so ein Spiel an. Was haben wir als nächstes? Wir haben Small World. Ich habe Small World noch kennengelernt, bevor es Small World gab, nämlich noch als es Vinci war, vom guten alten Descartes Verlag. Das Spiel war hässlich wie die Nacht. Es hat ewig gedauert, weil man hat gespielt, bis einer 200 Punkte hatte oder 120 Punkte. Ich weiß schon, die Punktzahl weiß ich gar nicht mehr. Aber man hat halt gespielt, bis einer zu dieser gewissen Punktzahl gekommen ist und dann wurde noch irgendwie eine Runde rumgespielt. Und das konnte zum Teil sehr lange dauern, wenn alle so ein bisschen sich so verschanzt haben und man hat mit kleinen Markern gearbeitet und so. Das Spiel war halt alt. Und dann kam Small World und hat das Ganze peppig gemacht mit einer coolen Grafik, mit einer festen Rundenzahl. Freie nach dem Motto, dann wird halt geguckt, wer man die meisten Punkte hat. Mit viel mehr Völkern, viel übersichtlicher, viel einfacher, mit sehr einfachen Regeln, dass man nicht mehr überlegen muss, wo es zählt jetzt, wie, wo, was. Sondern du sagst einfach, da liegt ein Stück Pappe. Das heißt nicht, für jedes Stück Pappe brauche ich eine Einheit mehr. Und dann haben wir das wieder gespielt. Und zwar hoch und runter und hoch und runter und das liebe ich heute noch. Was sie bei Small World richtig gemacht haben und dass es auch noch so eine Veränderung ist, sie haben ein Extraspielbrett für jede Spielerzahl. Sie haben nicht ein großes Brett und im Notfall begegnet man sich weniger und das Spiel könnte länger dauern. Nein, du hast ein kleines, sehr, sehr tightes Brett für zwei und das ist ein bisschen etwas größer auf der Rückseite für drei und dann hast du noch ein zweites Brett drin für vier und auf der Rückseite für fünf und das brauchst du auch, damit jeder Spieler irgendwo die Möglichkeit hat, irgendwas zu machen und natürlich auch dann die Rundenzahl entsprechend angepasst ist. Denn es gibt auch noch eine kleine Erweiterung, mit der kann man das zu sechst spielen. Die ist bei mir noch eingeschweißt, haben wir noch nicht gemacht, weil das ja dann doch irgendwie dann immer so eine Zeitaufwand ist. Aber das könnte man mal machen. Ich habe aber auch noch eine, mit der könnte man das schon vorher zu sechs spielen, und zwar der Necromancer, der erlaubt es einem halt, alleine gegen den ganzen Rest zu spielen. Und natürlich gibt es auch noch für Fans dann ganz viele kleine Erweiterungen und große Erweiterungen und es gibt Small World Underground, mit dem man nochmal mit ganz anderen Völkern und das kann man auch kombinieren und das Small World Realms, wo man die Gebiete komplett so witzig zusammenstellen kann und jetzt das, in den letzten beiden Jahren gab es dann noch was mit fliegenden Inseln und mit, also ganz, ganz viel. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Aber, was, was leider nicht weiter gab und das ist in meinen Augen eigentlich die beste Erweiterung in Small World, und zwar, es gab so einen Satz mit Ereigniskarten. Das waren irgendwie 50 Stück. Du brauchst es nur eine pro Runde. Das heißt, du hast auch relativ viele Spiele gebraucht, um sie erst mal alle zu sehen, aber du hast zu Beginn der Runde immer etwas aufgedeckt und das war eine Eigenschaft, die für die gesamte Runde galt. Das war sowas wie, das ist jetzt einfacher oder das ist schwieriger oder jeder muss das bezahlen oder jeder muss das irgendwer an den anderen geben oder jeder muss dieses, jenes, sonstiges machen und das war tatsächlich total witzig, weil du ganz, ganz viele tolle Sachen machen konntest. Small World, heute noch sehr gut, würde ich immer noch empfehlen, war übrigens an dem Tag, an dem das allererste iPad rauskam, 2011, war die Small World schon im App Store. Das war so die erste Brettspielumsetzung überhaupt und die war schon echt, 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 echt gut und die neue Brettspielumsetzung ist noch mal besser geworden, weil die erste ging nur genau für zwei Spieler. Du hast das iPad in die Mitte gelegt, beide haben sich drangesetzt, haben darauf gespielt, mussten kein Spielbrett rauspacken. Mit dem neuen kannst du jetzt halt natürlich auch online spielen und mit mehr Spielern und so. Small World, definitiv eine dicke Empfehlung. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, das für mich unbegreiflicherweise etwas untergegangen ist. Das ist beim Hippodice mal irgendwann in den Top 3 aufgelandet und dann kam es vor ein paar Jahren bei Hans im Glück raus und zwar die Staufer von Andreas Steding mit einem, wie ich finde, grandiosen Element und zwar, wir haben auch so eine Art, also wir haben halt jeder drei Arbeiter, die werden am Anfang alle in die Mitte gelegt nach einer bestimmten Reihenfolge und die gehen wir einfach von oben nach unten ab und jeder, der dran ist, kann sich für eine von zwei Aktionen entscheiden. Mehr ist es ja nicht. Entweder er macht, er nimmt Nachschub, das heißt, er nimmt sich mehr Figuren und irgendwelche Kisten, damit er einfach mehr Figuren auch einsetzen kann. Dann setzt er sich an die linke Seite und ist damit vorher dran. Also wer das ganz am Anfang macht, der kann sich natürlich dann sagen, okay, ich kann immer vorne bleiben, aber dann muss er mal das erste Nachschub machen und muss damit leben, wenn andere Leute was anderes ihm wegbauen. Oder man geht auf die rechte Seite, da muss man aber ans Ende gehen und die erste Figur, die da rüber geht, ist auf jeden Fall in der nächsten Runde letzter. Und ich glaube, der erste und zweite kriegen dann noch einen Bonus an Figuren, aber das ist jetzt nicht das Entscheidende, aber wenn man diese Aktion macht, dann darf man nämlich mit, dann darf man nämlich die Figuren, die man hat, ausgeben, um mankalermäßig sich aufs Spielbrett zu legen. Da sind sechs Gebiete, man braucht eine Figur, um zu reisen, also man beginnt halt im ersten Gebiet nach dem König, dann im zweiten Gebiet und wenn ich da reinsetzen will, dann packe ich weitere Figuren auf das Feld, auf das ich rauf möchte und zwar so viel wie da angegeben ist, das geht von drei bis sieben, wobei natürlich nur eine Figur da liegt bleibt, der Rest kommt halt in das Gebiet und da liegen diese Figuren und dann, wenn ich wieder was machen will, muss ich wieder beim König losgehen und dahin und dahin und je weiter weg das Gebiet vom König ist, also maximal sechs Gebiete, desto teurer wird das natürlich und wenn ich jetzt wirklich sechs Gebiete weit reisen muss plus noch da auf das Siebner und 13 Figuren brauche, das ist echt, echt viel, sowas hat man nicht, selten. Deswegen gibt es da natürlich ganz, ganz viele Kisten, die haben so Sondereffekte, die geben einem zusätzliche Figuren oder sie erlauben es einem zu reisen, ohne dass man Figuren abgibt oder sie erlauben es einem eine Figur reinzustellen, ohne dass man die weiteren Figuren abgeben muss. Die kann ich auch kombinieren, ich kann sagen, oh, ich lege hier kein Reisen, kein Bezahlen und nehme einfach eine Figur und legst sie auf ein beliebiges drauf und zack, erledigt. Aber es kostet einen natürlich Aktionen auch, diese Kisten zu bekommen. Erst wenn ich mich irgendwo reingestellt habe, bekomme ich eine Kiste oder ich nehme den Nachschub, aber dann könnte sich jemand anderes wieder weggenommen haben, das fällt auf, das ich rauf will. Und wenn alle sagen, okay, wir sind damit mit unseren drei Aktionen durch, weil man für jede dieser drei Aktionen im Einzelnen entscheidet, dadurch ändert sich auch die Reihenfolge immer, aber man sieht sie deutlich in der Mitte, ja, dann wird geguckt, wohin reist der König und dann gibt es immer mehrere Felder, wo feststeht, wo diese Figuren gewertet werden. Also es gibt immer ein Gebiet, namentlich erwähnt wird, es gibt ein Gebiet, wo es darum geht, stehen da die meisten Figuren oder steht da der König oder stehen da die wenigsten, solche Sachen. Und wenn nachdem beide Gebiete gewertet werden, wird geguckt, okay, dann wird hier nachgefüllt, dieses, jenes gemacht, der König reist und auf jedem Feld, auf dem gereist ist, kriegt man seine Figuren wieder. Das ist auch eine Möglichkeit, seine Figuren also wieder zu kriegen. Ja, und dann nach ungefähr fünf Runden ist das Spiel vorbei. Superflott, spielt sich in 15 Minuten pro Spieler, einfach nur grandios. Das war die Staufe von Andreas Steding. Kommen wir zum nächsten Spiel und zwar Stichmeister. Hatte ich schon mal Stichspieler erwähnt? Ich glaube, ich hatte heute schon mal ein Stichspieler erwähnt. Das wird nicht das Letzte sein, das ich heute erwähne. Stichmeister ist für mich, boah, ist das Wahnsinn. Also das ist, das ist ein Stichspiel, wie man es einfach lieben muss. Es geht für drei bis fünf Spieler. In meinen Augen, Leute, spielt es ruhig zu viert oder fünft. Es gibt einen normalen Kartensatz, vier Farben mit den Zahlen von 1 bis 15 und die werden einfach runtergespielt. Man muss die Stichfarbe bedienen und wer die meisten Stiche hat, also für jeden Stich, den man kriegt, trägt man einen Punkt. So, das ist noch relativ einfach. Aber, da liegen nicht nur diese Stichkarten drin, sondern es liegen auch noch mal genauso viele Karten drin mit Stichregeln. Und davon bekommt jeder Spieler drei und legt einen davon am Anfang aus. Wenn man zu dritt legt, dann kommt, glaube ich, noch zwei dazu, zu viert noch eine, zu fünft kommt keine weitere dazu. Ich glaube, vielleicht sind es auch nur vier Stichregeln. Wir spielen immer mit fünf Stichregeln, weil ein bisschen mehr Chaos, macht es einfach spaßig. Und dann werden diese Stichregeln einfach angewendet. Die kann sagen, hey, folgende Farbe ist Trumpf, folgende Zahl ist Trumpf, oder nach jedem Stich wechselt die Spielereihenfolge oder jeder Stich ist ein Minuspunkt oder jede Trumpfkarte ist ein Minuspunkt, all solche Sachen. Dann will man auf einmal, in der Runde davor wollte man noch ganz viele Stiche machen und auf einmal möchte man keine Stiche mehr machen oder man kriegt die Stiche, die der rechte Nachbar hat, abgezogen. Dann will man natürlich gucken, dass der linke Nachbar ganz viele Stiche, dass man selber zwar viele Stiche kriegt, aber der rechte Nachbar eigentlich gar keine und der Rest ist einem schon wieder egal. Oder man kriegt es halt dazu, der sagt mit sich, ja, ist mir egal, ob du es oder ich kriege, weil dann kriegen wir ja beide den Punkt und so und der sagt, ja, ja, ich schon, aber du nicht, sondern der andere Bahn. Auf diese Weise, da hat man ganz, ganz viel und es ist jedes Mal anders und ich glaube, wir haben noch nicht mal alle Kombinationen durch, obwohl wir das schon so oft gespielt haben, dass der liebe Christian uns irgendwann mal ein zweites Spiel zugeschickt hat, weil unsere Karten abgespielt waren. Das war total lieb. Wobei er aufhören sollte, so viele gute Stichspiele rauszubringen, weil dann spielen wir weniger Stichmeister. Kommen wir zum nächsten Stichspiel, was leider nicht mehr bei Amigo ist, aber ich auch dort kennengelernt habe und ich würde sagen, das ist eins der älteren, guten Stichspiele. Ach so, Stichmeister kurz noch erwähnt von Friedemann Friese. Ein Friedemann-Spiel, das nicht mit F beginnt. Nicht sein einziges, aber definitiv eins davon und wir verzeihen es ihm, weil es halt bei Amigo erschienen ist und nicht bei 2F. Genau, kommen wir zum nächsten Spiel, zum achten heute und zwar Sticheln. Sticheln ist eigentlich wirklich total easy. Jeder bekommt Karten auf die Hand, die sind in sechs verschiedenen Farben mit Zahlen von 1 bis, ich glaube, von 0 bis 12, 15, ich glaube 15. Wir legen eine Karte davon vor uns aus. Das ist unsere Ärgerfarbe. Alle Karten in der Farbe sind besonders böse zu uns. Alle anderen Karten sind, glaube ich, nur ein Minuspunkt. Und dann ist es so, dass wir einfach normal spielen, aber es gibt keine Bedienpflicht. Also wenn ich mit Rot rauskomme, dann müsst ihr kein Rot spielen. Aber wenn ihr nicht Rot spielt, dann sticht ihr. Alle anderen Farben sind, außer der, die mit der mal rauskommt, sind Trumpf. Und eigentlich will man natürlich keine Stiche bekommen, weil jeder Stich, den man macht, sind effektiv Minuspunkte. Ja, nicht ganz, also es sind natürlich auch ein paar Pluspunkte dabei. Und damit muss man dann schauen, kriege ich jetzt den, kriege ich den nicht? Wo kann ich jetzt reinlegen? Kann ich diese Karten noch loswerden? Gibt es diese Farbe noch bei den anderen? Sticheln ist wirklich so ein ganz, ganz einfaches, grandioses Stichspiel, wie das eigentlich nie aus dem Programm hätte fliegen können. Aus irgendeinem Grund ist es da rausgeflogen, aber ein anderer Verlag hat es gleich aufgegriffen. Sticheln, wirklich, wirklich, wer Stichspiele mag, der muss das mal gespielt haben. Kommen wir zum nächsten Spiel und das ist Straßburg. Straßburg ist ein sehr, sehr untypisches Stefan-Feld-Spiel, erschienen bei Pegasus. Bei Straßburg geht es nämlich darum, dass wir Auktionen haben. Wer mich kennt, weiß, Auktionen sind natürlich was total Cooles für mich. Bei Straßburg ist es so, wir haben einen Kartensatz, davon haben wir ein paar Karten auf der Hand und aus denen bilden wir mehrere Gebote und es gibt dann fünf Versteigerungen oder waren es sechs? Ich glaube, es waren fünf. Ich merke schon, ich musste mal wieder spielen. Und dann ist es so, dass wir diese Gebote, zwei, drei oder so versucht man ja schon in der Runde zu gewinnen, versuchen wir, liegen wir offen aus, wir ordnen die nicht irgendwie zu, sondern dann gibt es so, und jetzt bieten wir jetzt nacheinander auf diese Sachen. Und dann nimmst du, und wenn du dran bist und sagst, okay, wir bieten da drauf, kannst du einfach sagen, ich bin raus oder ich decke diese Karten auf und biete damit. Und das ist dann auch schon mehr oder weniger alles. Und wenn ich dann das gewinne, dann kann ich damit was machen. Und dann muss man natürlich gucken, ah, der hat das noch, der hat dieses, kann ich darauf das bieten, kann ich nochmal höher gehen? Das ist nicht so einfach. Und das ist für das bisschen Beat-Mechanik total grandios, weil das wirklich nur diese einfache Beat-Struktur nacheinander durch ist. Ist dann auch verdient von der Jury nominiert worden 2011. Hat er natürlich gegen Sam Wonders keine Chance. Das werden wir den Straßburg nicht ankreiden dürfen. Es ist trotzdem, wie gesagt, verdient nominiert worden. Don't forget the nominees. Und guckt euch Straßburg nochmal an. Also wenn ihr das irgendwo seht, greift zu. Straßburg, Stefanfeld, Pegasus ist echt, 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 echt immer noch gut. Kommen wir zum letzten Spiel heute und dem letzten Spiel mit S und zwar Suburbia. Suburbia habe ich mal genannt, SimCity, das Trading-Card-Game als Brettspiel. Und wer das jetzt damit nichts anklagen kann, der kennt vielleicht SimCity, das Computerspiel. Man baut halt so eine Stadt auf. Genau das machst du auch bei Suburbia. Und da gab es mal ein Trading-Card-Game und das hat halt, da hast du halt effektiv einen Tisch von der Größe eines Fußballfelds gebraucht, um das sinnvoll zu spielen. Gerade wenn du noch mehr Erweiterungen hattest. Ähm, Suburbia ist natürlich nicht so schlimm, das braucht nicht so einen Riesenplatz, aber es hat genau denselben Effekt, weil jedes Mal, wenn ich ein Plättchen spiele, triggern Sachen. Als erstes triggere das Plättchen selber, das ich gelegt habe, dann triggern die Plättchen drumherum, die triggern können, dann triggern all die Plättchen, die aufgrund dieses Plättchens selber triggern könnten, in meinem Gebiet und dann auch die bei den Mitspielern und so weiter und so weiter. Also da kann wirklich nur, weil ich ein Plättchen lege, kann hier bei mir das, das, das und das passieren und bei meinem Nachbarn noch das und bei dem noch das und dann kriege ich noch was, weil bei dem Nachbarn was passiert ist und so weiter. Und das ist im ersten Spiel sehr, 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 sehr unübersichtlich. Da muss man, da sitzt man davor und denkt sich so, äh, das funktioniert und es funktioniert. Wenn man es ein paar Mal gespielt hat, dann merkt man auf einmal, das ist eigentlich total easy. Die, ähm, die Ikonografie ist hervorragend. Man erkennt sofort, ähm, die Farbe des Gebäudes, wie, wo was funktioniert. Man erkennt sofort, wenn, äh, jemand das und das macht, was da ist. Man sieht ja die Auslage, der nimmt ja nicht irgendwas Blindes, sondern der kauft ja was aus der Auslage. Man weiß genau, wenn er das nimmt, dann passiert ja bei mir schon das und das. Und dann kann man ihm auch sagen, bei dir passiert noch das und das. Das ist sehr, sehr einfach und übersichtlich und je besser man das Spiel kennt und deswegen haben wir das, ich weiß nicht, ganz, ganz oft gespielt. Aber Suburby hat da noch einen coolen Element. Es hat nämlich zwei Ressourcen. Das eine ist nämlich Geld und das andere sind Einwohner. Beide will man natürlich nach oben kriegen, weil Geld ist das, was du immer wieder brauchst und Einnahmen, um dir coole Plättchen zu kaufen. Die sind in so einer schönen Leiste. Das vorderste ist mehr oder weniger umsonst und je weiter hinten es ist, weil es gerade erst reingekommen ist, desto teurer es ist und du kannst natürlich warten, bis es nach vorne kommt, wo es billiger wird, aber du kannst nicht das Pech haben. Jemand anders hat es ja schon voll weggenommen, weil er mehr Geld hat. Also ist Geld wichtig. Auf der anderen Seite sind die Einwohner wichtig, weil das sind Siegpunkte. Und je mehr Einwohner ich habe, desto mehr Siegpunkte kriege ich jede Runde. Und da kommt dann nämlich die Siegpunktleiste dazu. Da gibt es nämlich ab und zu sogenannte, ich sage jetzt mal, Hürdenfelder. Wenn ich über so eine Hürde rübergehe, dann sinkt bei mir die Einnahmen und die Einwohner jeweils um einen Schritt. Das heißt, nur weil ich voranrenne, werde ich langsamer. In dem Sekunden haben die anderen Zeit, aufzuholen. Und natürlich, sie kommen auch irgendwann über diese Hürde und werden schlechter. Aber wenn ich Pech habe, rutscht zum Beispiel meine Einnahmen ins Minus. Dann muss ich Geld bezahlen. Oder meine Einwohner rutschen ins Minus und dann muss ich auch wieder rückwärts gehen. Die können natürlich dann wieder ins Plus rutschen. Aber wenn sie auf Null sind, dann kriege ich auch nichts. Und die verändere ich natürlich vor allem durch die Effekte der Plättchen. Da gibt es ganz viele verschiedene Strategien. Ich versuche Bürogebäude zu bauen oder ich versuche eine Industriegegend zu bauen oder ich versuche ganz viel mit Natur zu machen. Suburbia wirklich, wirklich grandios. Es gibt zwei Erweiterungen. Die erste hat längliche Grenzbereiche. Die machen das Ganze noch mal ein bisschen skurriler, sind aber total cool und fügen sich hervorragend ein. Die empfehle ich auf jeden Fall. Die zweite Erweiterung liegt hier noch ungespielt. Mit der kann man das zu fünft spielen. Da gibt es noch eine neue, ich sag jetzt mal, Währung mit den Sternen. Habe ich, wie gesagt, noch nicht gespielt. Kann ich mich nicht zu äußern. Würde ich gerne mal spielen. Wobei ich nicht weiß, ob das Spiel wirklich besser wird, wenn man das zu fünft spielt. Weil ich glaube, vier ist tatsächlich ein schöner Sweet Spot für Suburbia. Oder auch zu dritt. Gut, das waren meine zehn Spiele heute. Ich wurde gefragt, ob ich, wenn das alles durch ist, noch mal die komplette Liste online packen will. Das kann ich natürlich machen. Das ist gar kein Problem. Von da aus gesehen freue ich mich einfach, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Teil 9. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020